Ich bin schlecht! Müdige Eskalation zum Aufwärmen. Ja. Aufentspannt. Mehl und entspannt, das geht ja Hand in Hand. Wie? Oh je, ist schon Neon. Ah, wie ich. Aber auf Wies, Alter. Besser als Boshu. Dann bringt die Eskalation ja nix. Oh je, Level 2 und Level 3. Bei uns. Oh je, die Oasis. Die heißt Tokio und ein chinesisches Zeichen. Ah ja, ich vom Klei Milchatsch auch. Ich kann halt aufwärmen, gell? Ah, Phantom habe ich hier. Phantom sag ich. Ja, ist auch egal. Ah, hey. Der hat durch den anderen geschossen. Durch die Beine und hat mich gekinnt. Hä? Oh, wir fangen mit der Wendel an. Bin ich mal gespannt, Alter. Wie das hier so läuft. Ja. Ja. So lange nicht mehr gespielt. Bonjour. Nein, er ist los. Hey, er ist auf die Z... Nein. Ist das jetzt jemand hoch oder jemand runter? Ist das natürlich jemand hoch, egal? Er käme da oben. Er ist widerlich. Du bist widerlich. Du bist widerlich. Man, was ist das denn jetzt hier? Sehr gut. Du hast ihn da oben runter geholt. Und zwar im hohen Ross. Alter, der Phoenix ist es das. Geht mal ne Grad, ne? Da ist er ja. Du dreckiger Ohm, Alter. Hä? Ja. Scheiße, ich kann mal keinen Hiebock holen. Jetzt muss ich campen wie so eine Ratte. Ich bin schlecht. Ich bin schlecht. Ach, dammit. Das kann wirklich mit ihrer AWP's ganz ungemütlich werden. Okay, die campen ja alle. Mhm. Hä? Ja, der hat schon wieder Andre' Waffe. Hätte er noch die andere gehabt. Oh, die nächste Waffe ist Oden. Ja, komm, zeig dich. Ja, Togio natürlich. Oh, der ohnehin hat immer noch die Schneiber. Ja, ich hab das. Nein, du blöde Augen. Warum bin ich von Ihnen? Ah, dieser blöde Bulldog, jetzt mach ich denn. Nein, 122. Ah, solide. Konto schlechter laufen, George. Sind die denn alle in der Mitte? Alle, ja, alle in der Mitte am Camper. Oh, Waffe schnappen. Guardian jetzt. Oh je, ich hab nur noch 20 HP. Nein, ich hab nur noch gekriegt. Die sind oben. Ah, die können beim Fenster ober. Ah, das ist nicht so. Nein, das ist jetzt geil. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Boah, weil dieser Bärdicke Dramblitz Boah, der Fenix hat immer noch die Guardian Boah Okay, jetzt wird auch mal der Schacht runter Ah, hier ne? Werden Alle Ich sah doch, die Wälder ist sass Nee! Nein, lad doch schneller nach Ich hätte so einen weißen Warum? Immer von Ihnen Ich bin ihm recht Ich bin ein helfer 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 Ich hab auch Mann, es nervt, Alter. Ah, es dürfen niemals passieren. Was haben die? Oh, Sheriff, kann ich so... Kann ich so gar nicht, ne? So verpfeile haben die jetzt. Hm? Heute auch, da hatten wir gemessert. Scheiße. Das ist eklig, Mann. Das ist eklig. Wenn gleich echt die Bomben und so. Komm schon. Dass sie so viel Erfolg damit hatten, jawoll. Schade. Ich hab aber da oben noch gekriegt. Ja, ich hab noch jemanden gekriegt. Drei... Drei Seiten, da sind die Fische hin. Ja, das ist widerlich. Ja, ich hab Druck auf Sova. Ich glaube, ich spiel den mit euch einfach mal. So, vielleicht der Panzerung, Schockschuss, let's go. Die Neon steht da nur da rum. Die Seilbahn. Mip. 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 Ich weiß nicht, ob ich selbst gehört habe... immer noch. Äh? Warum andern durch Steps? Wir sind jetzt alle wieder zurückgegangen. Irgendjemand ist da noch, anscheinend. Äh? Was will ich jetzt genau wissen? Hm. Äh? Sie sind noch B? Der B ist schon da, war auch nichts zu sehen. Äh? Sonst sind die Seilbahn. Ja, vielleicht fahren sie die Seilbahn die ganze Zeit hin und hin. Ja, da aufgrauen oder was, hä? Okay. Ja, gut, ne? Da, was ist das? Wo ist das weg? Jo, we make. Ah, weil die Anna raus ist. Ahhhh. Ohhhh. Seil ist aber nicht ernst, oder? Na, ich baile das 0 Punkte. Geh 0-0 raus. Oh, die Reise aufkauber. Okay. Es gibt kein Ergebnis. Das war auch schnell die Runde, oder? Ja, war eine gute Aufschlussrunde, ne? Ja, aber... Ja. Ja, was ist das? Ja. Ja, was ist das? Ja. 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 Ja.